Ich glaube, die ist auch gut, oder? Oh, nee, weil man die war gegen Close-In. Ähm, was? Wovon bin ich gar gestorben? Oh Gott, da ist noch irgendwas. Noch ein Baum. Ich bin gefragt. Wie? Auf was für eine Range kann ein denn so ein... Und vor allem, wo kam der her? Ich habe einen Baum getötet. Steht noch ein Baum. Guck dir an, auf welche Range... Das ist halt das Gute. Das ist halt ein Range-Spell. Da geht man nicht so viel auf die Bisse. Ich bin einfach auf Range-Cast. Ich merke... Okay, kannst du andere Range-Spells für Nico? Ich hoffe, dass ich Probleme gar nicht haben mit dem... Oh, ich hab schon mal in diesen Bone-Spill... Ich hab in diesen Bone-Spill gehört. Oh, aber der mit diesen ganzen... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott... Oh, Du hast geprockt einfach. Oh Gott... Ich hab grad noch Flecks. Ich mach auch 37er R�. Oh Gott. Wie man das dann zählt und so? Wie weit man runter gehen muss. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So viele kann es denn hier auch vorbei sein, wenn man keines Tor für Escape hat. Einfach einmal weggeführt in ein Eis. Und was stehe ich in der Stadt rum? Alter. Das ist die mit Timur, also die gibt dir das. Du kannst doch in Zabizek, das ist glaube ich Vejani heißt die Stadt. Ich bin tot. Ich bin nicht mal geprockt. Warte, was? Ich bin echt gestorben, ich bin nicht mal geprockt. Da ist nicht mal der Pock losgegangen. Och no. Ich bin nicht mal geprockt. Ich bin nicht mal geprockt. Untertitelung des ZDF, 2020 All right